ja hallo und herzlich willkommen im classical pro 54 heute wieder mit einem neuzugang einem wunderschönen 420 sel der baureihe w126 das auto ist natürlich auch ausgestattet mit v8 motor auch wenn es der kleinere ist reicht aber völlig zum cruisen und durch die gegend fahren ich habe den jetzt selber mal hier an bei uns an der schönen mose entlang bewegt klasse auto lang version macht das fahren echt spaß der auto stammt aus manhattan beach also stadtteil von los angeles hat also quasi immer die schöne trockene sonne genossen und hat sich dort auch gut gehen lassen deswegen also der body absolut rostfrei ist völlig in ordnung mit 86.000 miles original sauberen carfix also wirklich schickes autoschen ja und wir gehen jetzt noch für unsere jungs durch die werkstatt dann machen wir noch so die kleinheiten und feinheiten die so eine alte lady halt immer mal braucht und dann wünsche ich viel spaß mit dem detail video so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020